Ganz tief in uns sind wir Kinder geblieben. Wir fühlen noch diesen Traum, der zum Leben erwacht und Wahrheit wird. Was eine Kinderhand berührt. Gebt den Kindern eine Welt aus Geborgenheit und Frieden, in der wir durch Kinderaugen ihre Wunder wiedersehen. Gebt den Kindern eine Welt, in der sich Träume wieder wohnen, in der Wünsche Wahrheit werden und das größte Glück noch zählt. Ein Kind sieht noch durch die Nebel die Sonne. Sein Herz ist groß. Jedes Kind trägt die Welt in sich. Es brennt ein Licht, in jedem Kind für dich und mich. Gebt den Kindern eine Welt aus Geborgenheit und Frieden, in der wir durch Kinderaugen ihre Wunder wiedersehen. Gebt den Kindern eine Welt, in der sich Träume wieder lohnen, in der Wünsche Wahrheit werden und das kleinste Glück noch zählt. Gebt den Kindern eine Welt aus Geborgenheit und Frieden, in der wir durch Kinderaugen ihre Wunder wiedersehen. Gebt den Kindern eine Welt, in der sich Träume wieder lohnen, in der Wünsche Wahrheit werden und das kleinste Glück noch zählt. Gebt den Kindern eine Welt, Dana Winner. Und Dana Winner, und das finde ich ganz toll, ist jetzt bei uns und wir können ein bisschen plaudern. Dieses Lied, Dana, das ist damals erschienen, als du deine Tochter geboren hast, nicht? Hier in Deutschland, 1999, stimmt, ja. Was hat sich in deinem Leben verändert durch deine Tochter? Alles hat sich geändert. Wenn man ein Kind bekommt, das ist ein richtiges Changement in einem Leben. Und ich muss sagen, es hat mir gut getan. Ich muss sagen, ich habe eine sehr schöne Zeit schon mit sie, weil sie ist 14 jetzt und meine Karriere ist auch weitergegangen. Ich habe eigentlich alles gut planen können und ja, es ist gut. Aber leider ist deine Karriere in Deutschland nicht so richtig weitergegangen. Du bist ein großer Star in Belgien, auch in Holland, auch in Südafrika, habe ich gelesen. Warum in Deutschland nicht mehr? Ich weiß nicht ganz genau, wo man ein Plätz ist hier in Deutschland. Wie sagt man das? Die Marktlücke. Die Marktlücke, ja. Weil ich habe gesagt, die ist kein Schlager, die ist kein Pop, die ist kein Rock. Wo können wir die Dana-Winder denn Plätze? Und ja, jetzt wollen wir doch sehr gerne wieder anfangen hier in Deutschland, weil ich muss sagen, ich bin hier sehr gerne, ich bin hier sehr gut empfangen, durch alle Menschen, die haben mir sehr gut Gefühl gegeben und ja, ich will sehr gerne zurückkommen. Du bist ja auch eine großartige Sängerin und ich finde, du fehlst einfach hier in unserem Land. Ich freue mich auch sehr, dass wir diesen Titel von dir in dieser Sendung präsentieren können. Da wir ja nun eine weihnachtliche Sendung haben, würde ich noch ganz gerne wissen, wie feiert man denn eigentlich Weihnachten in Belgien oder in Holland? Ist das anders als in Deutschland? Ich glaube, dass es ein bisschen ähnlich ist wie hier in Deutschland, aber wir haben am 6. Dezember, haben wir einen sehr wichtigen Mann für die kleinen Kinder und das ist auch sehr wichtig für uns, das ist Sint Nikolaus. Der Nikolaus? Ja, Sint Nikolaus. Den haben wir hier ja auch, aber bei uns spielt er nicht so eine große Rolle. Ja, bei uns ist das so schön, weil dann kommt der schwarzen Piet, der Assistent durch den Kamin, ja, das ist der Assistent und Sint Nikolaus kommt über das Dach mit dem Pferd. Ja, so wie in Amerika. Ja, so ein bisschen so und die Kinder haben das Gefühl, er ist bei uns im Haus gewesen und hat all diese Geschenke hier hingelegt und ja, das finden die Kinder natürlich ganz toll und vorher wird dann auch so eine Karotte im Schuh gelegt und dann wird so ein bisschen Schokolade und Kuchen dahin gelegt. Also Proviant? Vorher, ja. Ja, okay. Das ist so schön. Und das ist alles am 6. Dezember am Nikolaustag? Ja, für die Kinder. Und dann Heiligabend? Heiligabend. 24. Dezember. Ja, dann wird das eigentlich, in der Familie Kringe wird das sehr gut gefeiert. Dann wird das eigentlich in der Familie, dann wird das gegessen, alles wird sehr schön gemacht, die Tisch, alles wird sehr festlich gemacht und ja, dann wird das schön gut gefeiert. Und dann, eigentlich gehen dann die Leute auch nach, in die Weihnachtsmesse. Und ich habe das einmal hier in den Dom in Köln gemacht. Ich muss sagen, das war sehr schön, aber unglaublich kalt. Aber das war so schön mit dem Knaben, Chor? Chor. Das war so schön. Ich habe mir sehr, das hat lange gedauert, aber das war sehr schön. Okay. Gibst du auch ein Weihnachtskonzert? Ich gebe viele Weihnachtskonzerte, auch in die Kirche. Ja. Und das mache ich jedes Jahr. Und ich lebe da auch eigentlich sehr nach dem Moment zu. Und wir machen auch den Weihnachtsbaum sehr früh fertig, dass ich eigentlich richtig in die Stimmung bin. Schön. Ja. Okay. Vielen Dank, Dana, dass du bei uns warst.